Musik Bewährungsprobe für ihre Liebe Bauer Gerald und seine Anna fanden im vergangenen Jahr das große Liebesglück dank Bauer sucht Frau. Am Ende der TV-Kuppelshow verlobten sich der Farmer aus Namibia und die polnischstämmige Blondine sogar. Bevor die beiden sich im Sommer das Ja-Wort geben können, müssen sie aber noch private Hürden meistern, Anna und ihr Liebster durchleben. Gerade besonders harte Zeiten, Hand in Hand laufen die beiden auf einen Sonnenuntergang zu. Zu diesem malerischen Instagram-Motiv schreibt die 27-Jährige allerdings eine besorgniserregende Botschaft. Es sind leider in der letzten Zeit einige unschöne Sachen passiert, wir sind aber nach wie vor zusammen und wir lieben uns. Darüber was genau passiert ist, werden wir bald sprechen, aber zur Zeit sind wir noch nicht so weit, wendet sich Anna an die Fans, die sofort ihren Support für das Power-Paar aussprechen. Zvor hatte die erfolgreiche TV-Liebessbucherin einige nachdenkliche Worte auf ihrem Account geteilt. Das Posting habe sie verfasst, um sich und ihrem Schatz Kraft auf dem gemeinsamen Weg zu geben. Keinesfalls habe Anna ihre Follower ärgern oder für große Spannung wollen, schrieb sie in ihrem Nachtrag. Immerhin hatten unbedacht traurig wirkende Beiträge schon vor einigen Wochen für Furore gesorgt und sogar Trennungsspekulationen hervorgerufen, die das Paar schnell dementiert hatte. Nach wie vor wollen die beiden bald heiraten. Anzeige, 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 Anzeige 1967, ja, das interessiert mich schon, 766, nein, das müssen sie nicht machen. Ist immerhin privat. Tausend startups. Das sind großartig. Amit Pboysons Gör Ped پuk. Was für den Schatz zero1? Bis fast? Ja, das ist großartig. Bis fast! 富öst spezielle Fest mit Pozyroom und volleyball quiltart. iminator purrausend. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.